Evocation zwischen Traum und Wirklichkeit ist mehr als ein spannendes Abenteuerspiel. Es führt in eine sagenhafte Fantasiewelt, die so lebendig und plastisch erscheint, dass sich die Grenzen zwischen Bild und Wirklichkeit aufzulösen scheinen. Für die Reise durch die magischen Tore, die zu Wissen und Zauberei führen, werden Logik, Vernunft, aber auch Intuition benötigt. Über dem Feuer, unter dem See, das Bild des Gegensatzes. Du hast das Bild des Gegensatzes heraufbeschworen. Wähle nicht den falschen Weg, setze deine Reise fort. Zeichen westlicher und östlicher Denkweisen sind zu entschlüsseln, Rätsel aufzulösen und Orakel zu entdecken. Auf der Suche nach dem Wissen stößt der Spieler auf geheimnisvolle Aufgaben, die durch Nachdenken und Handeln zu lösen sind. Eine atemberaubende Grafik, Töne, Klänge und Stimmen, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen. Dazu faszinierende Landschaften und plastische Räume geben diesem Spiel den außergewöhnlichen Charakter. Gleichzeitig ist dieses Spiel aber auch eine Auseinandersetzung mit zentralen Fragen der Naturwissenschaften und der Philosophie, die es auf spielerische Art fördert. Bei diesem Spiel kommt es nicht auf Schnelligkeit und Geschicklichkeit an, sondern auf Intuition und genaue Beobachtung der Umgebung. Die deutsche Version ist auf CD-ROM für Windows oder Macintosh im Fachhandel, im Buchhandel und in führenden Kaufhäusern erhältlich. Ich bin jetzt auf der Suche nach der Suche nachdenken. Vielen Dank.